Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, im Namen eines Freundes anzunehmen bei Kai Carlson in Ustvar, an dieser Position. Man darf als erstes mit Xunxun sprechen, die steht gleich daneben. Einfach rechtsklicken und dann die Sprechplase hier auswählen. Nun darf man Jahrhundertsauce erhalten. Im Klartext heißt es kaufen, normalerweise für 100 Gold. Könnte sein, dass durch Ansehen bei den Tortolaner oder irgendeiner Fraktion sich der Preis senkt, aber ich glaube nicht. Nun kann man einfach handeln und hier ist auch schon die Jahrhundertsauce. Wie man sieht, man muss nicht diese Sprechplase anklicken, man kann es machen, aber ja. Soße gekauft. Nun ist die Quest bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Kai Carlson in Ustvar, an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao! 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 und